Norddeutschlands größtes Medienseminar geht in die 16. Runde. Nicole und ich sind die Projektleitung des diesjährigen Lumen Presse Frühlings und die Planungen laufen schon auf Hoftouren. Der diesjährige JPF wird vom 14. bis zum 17. Mai im Bad Segeberg stattfinden und dieses Jahr haben wir als Highlight sogar eine zusätzliche Redaktion, Videopodcast. Die Anmeldephase startet schon heute. Meldet euch an, wir freuen uns. Bis bald!